Atemlos waren wir nach dem sensationellen Auftritt von Helene Fischer und Shirin David. Wir feiern 10 Jahre atemlos durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht, ich spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Es ist eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Ein mitreißendes Stück deutscher Popkultur und katapultierte Helene Fischer endgültig in den Pop-Olymp. Jetzt feiert Atemlos durch die Nacht ihr 10-jähriges Jubiläum, nachdem der Song 2013 aus dem Album Farbenspiel veröffentlicht wurde. Allerdings so richtig prominent besetzt, sozusagen in meinen Gedanken eingepflanzt, 2014 WM Deutschlands Vodeweltmeister. Ja, ganz klar. Bei der großen Feier am Brandenburger Tor kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Auch Ben Zucker teilte sich mit Helene 2018 bei ihrer großen Stadion-Tour die Bühne. Beste Helene, ich wünsche dir weiterhin so grandiosen, megawäßigen Erfolg und dass das alles so wunderschön läuft. Und dass du weiterhin so großes Vorbild für uns bleibst, wie du schon die ganze Zeit bist. Und fühle mich immer ganz, ganz beseelt. Und du weißt, ich bin dir auf ewig dankbar. Bis dahin, dein Ben. Zum Jubiläum veröffentlichte Helene ihren Hit Atemlos erneut in einer brandneuen Version zusammen mit einer der erfolgreichsten deutschen Rap-Künstlerinnen. Shireen David. Atemlos durch den Nacht, ich führe das Liebe mit uns wagt. Atemlos wird dieses Jahr zehn Jahre. Ich erinnere mich zurück, dass das ein absoluter Ohrwurm war. Und ich verbinde das auch mit der Fußball-EM, WM, I don't know. Aber ich bin natürlich ein absoluter Schlager-Fan und Helene-Fischer-Fan. Demnach habe ich alles aufgesaugt und alles mitbekommen. Happy Birthday an Atemlos durch die Nacht. Spür es Liebe mit uns. Wie gut, dass ich in Fern bin und den Text nicht kann. Aber es ist zehn Jahre her. Mein Gott, mein Hirn ist wie ein Sieb. Alles, alles Liebe für Atemlos. Ich verbinde mit dem Song auf jeden Fall ein Turn im Schlager. Denn nach diesem Song ist der Schlager irgendwie ein bisschen moderner geworden und offener auch so für Dance- und Popbeats. Liebe Helene, du bist eine so schöne, tolle, talentierte Frau. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir und freue mich auf weitere tolle Musik. Und freue mich natürlich auch von Herzen, dass ich auch einen Song mal beisteuern durfte. 0 auf 100. Und Grüße gehen raus an dich. Mittlerweile hat das originale YouTube-Video schon über 108 Millionen Aufrufe. Wahnsinn. Liebe Helene, wenn du das hier siehst, hier ist deine Marina und Atemlos ist ein großartiger Song. Alle deine Songs sind wundervoll. Ich liebe auch dein neues Album Rausch. Immer noch. Und ich suchte es zu Hause durch. Bleib wie du bist. Rock die Bühne weiterhin. Du bist die krasseste Entertainerin und Sängerin, die wir hier in Deutschland haben. Liebe Grüße. Wann habt ihr Atemlos durch die Nacht das erste Mal gehört? Und wie gefällt euch die neue Version mit Shirin David? Schreibt es doch mal in die Kommentare und abonniert den Kanal.